Wie langsam das Ding geflogen ist. Ich fand das schon perverse. Und wenn er trifft, dann hat man so einen Domino-Effekt, oder? Fallen so alle auf die Seite. Ach, die drehten an. Aber nur mit 8. Null... No Skill Needed. Hä? No Skill Needed steht drauf. Brauchen sie nicht. Was ist Skill? Können... Können... Können nix. Können nix. Können nix. Super, ich starte so weit hinten, da nützt bei der Turbolader nix. Hehehe. Hehehe. Leg ihn los! Hehehe. 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 Und er wurde auch über den Volk fünfzeits in den Ich habe die Erntschungsflacht, dass wir einzelfilmer fahren. Basis? Lass mich durch, lass mich durch. Nutzt die Felsen, habt ihr B8? 140? Kill dir erstmal auf dem Hill. E100, bitte zurück Richtung Base. Ich penetriere dich nicht, was ist denn jetzt los? 140er, One-Shot. D-Voller da raufen. Ok, runter, aufrauchen, oder? Roger ist schon runter gefahren, runter, komm. WZ raus. Ja, bin drauf. Ich block ihn. Kommt nicht mehr weg. WZ gefinisht. Wer ist schon gekäppig? Finish denn? Ja, zwei S-Cons. Bin leicht da. Kann ruhig bleiben. E100 ist gewesen. Erst hier alles wegmachen. Ich nehme dich jetzt fix zum Cap zurück. Zack, zack. He. Der ist egal. Nimm die T-200 im Feld sind auf. Feuer! Ok, wir haben ein Reset. Habt ihr den T-62 Alpha hinter mir? Ok. So, jetzt nicht wasten. Komm, runter schießen. Der, der muss angeschossen werden. Der Full-Up hier, genau. Der erste, ja. Bei uns. 45, wir haben's. Auf den ersten, auf den ersten! Ist einer zum Cap gefahren? Naja, schränkt mir wieder Cap-Punkte her. Nee, nee, nee. Nee. Ehrlich, um diese Uhrzeit. Diesmal hab ich nicht den letzten weg. 21 Uhr geht das nächste Gefest auf. Geile Alpha, du. Ja. Cool. Verarscht mich doch jetzt. Nein! Jetzt sind wir schön geschlossen rübergefahren und haben sich schön hochgenommen. Du, hat sich keiner gestanden für euch? Nein, ich war gar nicht tot, gell. Ja, gell, es war keiner tot, nein. Ich glaub, wir müssen die Karten nochmal wechseln auf Tundra. Glaubst du langsam, oder? Ah, jetzt, ich hab keine schwere Ladung mehr. Ich hab noch einen Kompressor. Boah, das ist nett durch Tausch, ne? Wann geht das nächste jetzt auch? 23 Uhr. Ach, so schön. Und wenn wir das gewinnen, gibt's noch eins. Ja. Und wenn wir das gewinnen, dann gibt's nochmal eins. Und 0 Uhr 15 ist dann das letzte, oder? Nee. Nein. Nee, das war jetzt. Viertelfinale. Jetzt geht's Viertelfinale. Also 23 Uhr 15 Viertelfinale, ne? Hm. 23...